Hallo liebe Bruder Sportfreunde, hier ist wieder euer Chris und heute heiße ich euch mal wieder zu einem neuen Video von mir recht herzlich willkommen. In diesem Video war ich in Lichterfeld gewesen an der F60 beim US Car & Bike Meeting. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir können hier noch einen kleinen Tipp rausmachen und sterben, wir werden auch. Wir können hier noch einen kleinen Tipp rausmachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020